Wenn wir bei Deutschland sind, um das abzuschließen, da wird ja auch über eine Legalisierung von Cannabis diskutiert. Wirklich? Ja, das kennt man ja aus den USA, wo es ja schon ein richtiger Wirtschaftszweig entwickelt hat. Ist das auch etwas, wo Sie sich vorstellen können, dass sich auch hier in Österreich etwas ändert und ein Wirtschaftszweig geöffnet wird, wo Cannabis legalisiert wird oder ausgegeben wird? Also für den österreichischen Wirtschaftsstandard kann ich Ihnen versichern, spielt das keine Rolle. Es spielt eine Rolle, ob es zum Tobel gut geht, wie es dem Ölz geht, was Alpler macht, was die Vorarlberger Industrie macht und die österreichische, was im Tourismus los ist. Aber das ist kein Thema. Also für den Ölz geht es um den Ölz geht.